Hallihallo, liebe Freunde und willkommen zurück hier mitten im Nirgendwo auf der Holzplattform von Skyayay, Sky Factory Nummer 4. Der Brilli und der Mähne sind auch wieder mit dabei. Grüß euch. Moin. Hi. Wunderbar. Also wenn es euch nerven sollte, mein Ton scheint irgendwie kaputt zu sein heute. Also bitte seht mir das nach, ich habe keine Ahnung woran es liegt. Mähne und Brilli haben mich schon angeschrien deswegen, aber ich weiß es trotzdem nicht. Ja, ja. So, was wollen wir denn machen? Was? Ein Casting-Table bauen, oder? Ein Casting-Table bauen, alles klar. Was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen sieben, zehn Seared Bricks, glaube ich, brauchen wir in Summe. Hat jemand noch welche oder müssen wir die komplett... Also ich habe noch Clay, ich weiß nicht, ob Mähne noch Grout oder so hat. Ich habe 20 Grout noch. Das ist gut. I am Grout. Wo muss ich die hinpacken? Einfach in Wofen. In Firnis, ne? Genau. Wie ist die Form war? 16, sagtest du. Nein, das ist jetzt nochmal hier alles. Ne, nicht 16, 10, glaube ich. Die Aufnahme ist über einen Monat, liegt die jetzt zurück, ich weiß überhaupt nicht mehr. Ja. Hat einer? Wir haben die Resin, wir haben die Acorns. Hat einer von euch noch, äh, ähm, Stein? Normalen Stein? Ne, Kobbel, bräuchte ich auch, das ist mein Problem. Oder? Ne, einfach Stone. Genau, Stone. Ja gut, Stone wäre ja gebrannter Kobbel. Ja. Hatte niemand noch Kobbel? Hatte doch eine Kiste gemacht mit... Ah, hier. Gab's nicht irgendwie Kobbel, ähm... Ja, ja, na klar. Warte mal, da kann man auch's Kobbel-Slap nicht? Ja, ja, na klar, sagt er. Ja, es gab so Dinger. Ah, doch mal, warte mal, hier, da ist Kobbelstone. Hier, ich hab noch ein paar Slaps gefunden. Und da mach ich jetzt mal noch ein paar Kobbelstone draus wieder. So. Boah, hier ist ja auch wieder keine Ordnung mehr drin. Was denn? Wie war denn nochmal eine Achse? Ich hab so lange nicht mehr Minecraft gespielt. Eine Achse ist, äh, in der Mitte von unten zwei Sticks und dann oben links um die Ecke rum, äh, normales. Also das Material, das du verbauen willst. So, danke, dann. Jetzt muss man mal gucken, ich hab nämlich jetzt eine Achse und wenn man jetzt hier einen Rechtsklick macht... Guck mal den Stein. Passiert gar nix. Haha. Hallo? Vielleicht kommst du, dann brauchen wir doch Petrified, oder? Aha, siehst du jetzt doch. Wenn du nämlich hier einfach mit Rechtsklick jetzt auf diesen Bonsai-Pot, also auf den Pot selber, mit der Axt in der Hand einen Rechtsklick machst, dann erntet er den gesamten Baum ab. Und dann wächst der Baum nämlich hier auch komplett nach. Das geht hier hinten auch. Einfach auf den Bonsai-Pot, einen Rechtsklick und dann hast du hier den ganzen Kack im Inventar und dann wächst der Baum nach. Was hast du für eine Axt? Eine Steinachs? Einfach eine Steinachs gebaut, ja. Ja, wir haben ja keinen Stein. Ja, pass auf, du kannst ja aber bestimmt hier, hier hast du meine Axt. Ich baue noch eine. Eine kann ich noch bauen. Ich baue auch Steine, um meinen komischen... Ich versuche gerade Steine herzustellen. Ja. Du kannst aber... Du musst nochmal gedrückt halten in mir, warte mal, was war denn das? Äh, na die Taste, ja genau die. Rasier. So, wie war denn das jetzt? Dann musst du die irgendwie zusammenklötern hier am Baum. Äh, am Crafting-Table. Ja, ja, aber wie? Das ist die Frage. Aber wie? Wie hast du jetzt Stein gemacht? Sag nochmal. Boah, das ist ein Lärm immer, wenn man das abhackt hier. Wer hat... Fünfmal Resin, viermal Acorn. Also ich habe jetzt noch gar keinen Stein gemacht. Der Brilli will Stein machen. Achso. Aber du kannst ja auch versuchen, dir eine Dingsachs zu bauen. Aus Holz erstmal eine. So, du hast mir doch eine gegeben. Stimmt. Das geht mir ja um meinen, das geht mir doch um meinen, das geht mir doch um meinen, um meinen Stab. Petrified Acorn. Achso, um deinen, äh, um deinen Kruk. Okay. Ah ja, Gravel, Gravel Acorn und Gravel Resin. Nee, nicht Gravel hier. Wie heißt der denn? Kobbel. So, ich habe hier einen Kobbel. Okay. Ach, siehst du, ich habe doch hier das Rezept. Dann brauchen wir noch mehr. Scheiße, wie war denn das jetzt? Wenn ich das richtig sehe. Da. Da. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Kobbel. Da, ich habe zwei Kobbel noch im Inventor. Ja, ist ja mir eigentlich auch egal. Ist hier Bockwurst. Ja, ich habe jetzt zehn Seat Bricks gemacht. Alles klar. Gut, dann kannst du das Ding ja bauen. Was soll ich bauen? Na, dieses Ding. Ja, dieses Ding. Den Casting Table und den Faucet. Sonst können wir die Scheiße da nicht ausgießen. Das Ding. Ja. Fasting Table. Genau. Table oder Bazaar? Table, ne? Ne, Table. Bazaar wäre, wo du dann Blöcke gießen kannst. Mit diesem quasi neuen Stück dann drin. Moment, die muss ich hier am... Was habe ich denn hier alle? Coca-Beans habe ich hier. Also Kakao-Beans. Zack. Oh, gut. Wo soll ich den hinstellen? Äh, einfach hier. Nagel mal den Faucet irgendwo ran. Den habe ich noch nicht. Ich habe jetzt nur den... Ach so, na dann stell den mal irgendwo hin. Das ist ja wurstig. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Also. Genau. Mir in Ordnung zu halten ist einfach zu viel. Ja, wir brauchen vielleicht einfach noch ein paar Kisten, oder? Schreibt man das Faucet? Schreibt man das Faucet? Faucet. Habt ihr das Falsche gebaut hier? F-A-U-C-E-T. Was? Wieso? Falsch gebaut. F-A-U. Nicht F-A-U. F-A-U. V-Z. So. So, Harter? Wo sind eigentlich die Tin-Siblings? Na, die müssen wir doch jetzt noch bauen, oder? Deswegen versuchen wir doch hier noch das Maltry. Wie sind wir denn da reingekommen? Bitte? Wir haben ja schon geschmolzenes Tin da. Geschmoltene Tin? Geschmoltene Tin. Wie sind wir denn da reingekommen? Ähm. Ein Ingrid ist drin. Jetzt muss ich... Jetzt kann man es rausholen. Jetzt musst du hier... Warte, warte, warte. Jetzt musst du hier diesen Sapling irgendwie reinlegen. Hier. Welchen müssen wir denn reinlegen? Äh, Obtain a Tin-Sapling. Den müssen wir jetzt machen. So, jetzt mal gucken. Tin-Sapling. So, Tin-Sapling. Kriegt man, indem du auf... Woher hatten wir das Tin? Eine Birke. Birke, genau. Auf Birch-Sapling, genau. Haben wir noch irgendwo Birke? Müssen wir ja irgendwo haben. Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht? Wir sind ja nicht hingekommen. Wo sind denn die Birken? Wir haben noch Birke. Birke weg. Ich weiß es nicht, Trilly, wie wir an den Zinn gekommen sind. Aber es ist keine Birke am Schlüssel. Wie kriegen wir jetzt eine Birke? Da musste man doch auch irgendwas machen. Ja, einfach mal gucken. Cool, habe ich schon hingekriegt. Birch. Hier, wenn ein Mikro vor der Nase ist, ist das Schreiben immer blöd. Birch. Alter. Sapling. Alter, Junge. So, Birch-Sapling. Okay. Da schmeißt du ein Sand-Sapling in Wasser. Ah ja. Muss man ein Sand-Sapling haben. Hier, Sand-Sapling. Und Wasser brauchst du. Na, das hatten wir doch hier so ein Basin, ne? Ja, da ist, na hier, da wo ich draufstehe, da ist aber kein Wasser drin. Das ist schlecht. Ja, warte mal, hier ist, was ist denn da noch drin? Aber wir haben doch da so ein riesen Basin mit Wasser. Ja, ja. Aber ich habe, hast du einen Eimer oder so was? Ich habe einen Clay-Bucket. Ja, ja, okay, cool. Dann kannst du den ja mit, kannst du den ja nehmen. Und da schmeißt du jetzt ein Ding da drin. Und dann müsstest du ein Birch-Sapling kriegen. So ist es. So, aber warte mal, bevor du den da jetzt gleich wieder verholzt, lass uns den doch hier mal anpflanzen, oder? Das würde ich mal ein bisschen vermehren. Kann ich machen. Zack, ist drin. So, muss man jetzt mal wieder neu bauen. Oh, und jetzt? Hä? Ha! Guck mal, wie das geht. Wer geht, wo geht? Na, hier. Hier. Andersrum. Und du? 90 Prozent. Achso, da steht eine Prozentzahl. Wo muss ich denn da drauf? Ah, hier. Nee. Ey, du nimmst das raus, ne? Ja. Weiß mal her, damit wir alle das Achievement kriegen. Ja, kriegst du. Äh, da. Rilly, du auch? Komm her. Rilly, willst du auch? Äh, Sekunde. Guck mal, wie schön die Birchen hier. Was soll ich machen? Komm mal her, hier. Dieses Ding einsammeln fürs Achievement, was hier liegt. Jetzt tin this pack. Yes. Soll ich ihn pflanzen? Äh, wissen wir noch nicht, ehrlich gesagt. Als nächstes müssen wir, Amber is the color of my dinosaur. Und dann geht's weiter. Obtain Iron by Crafting Iron Ember. Use the Tinkers Komplement Melter or Smeltry to melt it into molten iron and pour it into a casting basin or cast. Also, Iron Ember müssen wir jetzt mal gucken. Obtain Iron by Crafting Iron Ember. Iran. Iran, Amber. Wie kriegt man Iron Ember? Leute, nur falls ihr euch fragt, ich kümmere mich dann gleich wieder um den ganzen Scheiß. Ich kümmere mich hier um Ordnung. Irgendeiner muss es ja tun. Ja, und zwar von... Also, wir kriegen das Zeug raus aus... Aus den ganzen Resins. Ja, genau. Aber, es gibt dafür auch noch einen separaten Iron Acorn. Und den kriegen wir aus... Ein Iron Sapling. Und den kriegen wir... Ja. Indem wir Akazie mit Eisen übergießen. Richtig, aber das ist ja genau das Problem, was wir ja haben. Das wäre ja im Kreis gedreht. Richtig. Also, ich denke, wir sind am besten dran mit Coal, Gravel und... Genau. Wir brauchen aber trotzdem noch eine Akazie dafür. Weil ohne Akazie können wir... Naja, weil ohne Akazie können wir das ja dann... Können wir diesen... Den Baum ja nicht züchten. Verstehst du? Wir brauchen noch keinen Baum. Na doch. Wie willst du denn sonst später Eisen herkriegen? Wir können doch jetzt Iron Ember machen. Ja. Ja, aber du hast doch so viele Zwischenschritte. Und das können wir doch... Welche Zwischenschritte? Das ist doch kein einziger Schwischenschritt für Iron Ember. Ja doch, du musst doch... Guck doch mal. Wir brauchen doch jetzt... Theoretisch brauchen wir jetzt einen Iron Ember für die Quest. Richtig? Ja. Richtig. So, wir brauchen doch aber in Zukunft doch auch Eisen. Und dafür brauchen wir diese Bäume. Das heißt, wir sollten jetzt einen Iron Ember machen, den schmelzen. Und dann brauchen wir eben, um dieses zu vervielfältigen, diese Akazie. Ja, aber da bist du ja schon einen Schritt weiter. Was ist das? Jetzt müssen wir doch erstmal einen Iron Ember einbauen. Ja, das ist ja nicht so schwer. Wir haben ja die ganzen Resins da. Wir brauchen jetzt halt quasi bloß die Akazie dazu. Weißt du? Und wie kriegen wir die? Da gucke ich gerade. Hast du schon so einen Iron Ember gemacht? Nein, nein, nein. Ich gucke jetzt gerade mal nur, wie man diese Akazie da macht. Weil wir haben nämlich zum Beispiel keine Kohle-Resins. Ja, und Kohlebaum haben wir aber irgendwo. Ja, Kohle-Zapling habe ich am... Okay, dafür bräuchten wir den Apple-Zapling. Und den Apple-Zapling kriegt man aus... Hier, jetzt rock mal mit. Was? Wie, was? Ich habe keine Lust zu twirken. Scheiße. Scheiße. Äh... Wenn ich jetzt Steinhäte, könnte ich meinen Stonebook benutzen. Loli. Alter, wo sind sie denn? Kann man die Schilder nicht auch auf die Boxen, auf die Kisten anbringen? Frage für ihren Freund. Kann ich sein Gesicht mal an den Schildern anbringen. Bist du sicher, dass das nicht geht? Petro-Fried. Scheiße. So, was muss ich drücken? STRG? Nee, Shift. Nee, was war das denn? Ich habe es bei mir auf dieses... Die Taste neben der 1 gelegt. Für 2? Nicht schlecht, Mene. Nicht schlecht. Auch, wie heißt denn dieses Ding da? Das Hütchen da, das Dach. Das Sirkon-Flex. Ist es ein Sirkon-Flex? Okay. Du musst es gedrückt halten. Ich weiß nicht, wo ich es hingelegt habe. Habe ich ihn jetzt gemacht? Ah, mein Krokus-Klop. Habe ich ihn in die linke Hand? Man kann es in die linke Hand nehmen. Ja, du kannst dual-wheelen quasi da. Ach, guck an. Boah, ist das hier nervig. Brillant, schön. Da gibt es keinen Bock mehr. Hey. So, du machst hier gerade die ganzen Dinge. Hier hast du die Kohl-Saplings, okay? Hinter dir. Vorher die Kohl-Acons. Resins, nicht die Saplings. Ach so. Wieso ist denn diese Kiste hier leer? Ja, weil Brilli da gerade uns umzieht quasi. Korrekt. Korrekt. Boah, Alter, weißt du, wie lange wir da jetzt immer suchen müssen? Nein, deswegen gibt es da ein Schild, du Himmel. Bist du blöd oder was? Kannst du nicht lesen oder was? Also ich finde der ein bisschen sehr un... Irgendwie adaptierst du hier sämtliche Sachen aus Stardew Valley jetzt hier auch in Minecraft. Ja, nee, es ging mir auf den Sack in dieser einen Kiste nach irgendwelchen komplett random reingeworfenen... Aber hier sind halt keine Resins. Wie hat man die Resins gleich noch? Ja, wenn keine Resins drin sind, habe ich keine Resins. Halt doch mal die Klappe. Halt das Maul, ey. Ey, wie die kleinen Mädchen, echt. Mann, ey. Guckst du dir an. Wir müssen so ein Kohleding als Bonsai-Baum platzieren und dann kriegen wir die Resins drin. Wie viel Clay hast du denn so noch übrig? Äh, Clay? Ja, oder... Doch, warte mal. Clay? Äh, Brick? Warte mal. Ich muss... Brick. Ich habe vier Brick. Hast du schon fertige Bricks? Ja. Okay, cool. Ähm, Bonsai-Pot. Ja, dann gib mal her. Bitte. Ich habe nämlich auch noch einen. Dann kann ich noch so ein Bonsai-Pot bauen. Ah, okay. Hier. Danke. Okay. Flup. Brauchen wir mehr von diesem Bonsai, da müssen wir nicht twirpen. Ja. So, dann stellen wir den mal hier hin. Flup. Und jetzt brauchen wir noch Erde. Da muss einmal Erde rein. Heavy Dirt? Da hinten. Ach so. Mhm, mhm. Jetzt muss man sich hier erstmal alles zusammenbasteln hier. Ja. Dafür hatte ich jetzt noch keine Zeit. Ach so. Mhm. Dirt. So, wo sind wir? So, genau. In der Beordnung. Genau einen Dirt konnte ich da machen. So, Mene, hier kannst du jetzt dein Ding da rein. Soll ich Bäume züchten oder was machen wir jetzt? So, habe ich. Was wächst da jetzt? Kohl-Sappling, alles klar. Kohle. Kohle. Okay, okay. So, und jetzt brauchen wir, ähm, dieses, äh, wie hieß das? Amber. Amber. Aber, äh, wie hieß denn das Ding hier immer? Iron Ember. In der Pot. Dirt. Habe ich hier noch Dirt mit drin? Fehlt mir Clay Resin. Clay? Clay Resin. Ich habe noch, äh, fünf Clay an sich am Start. Äh, ich brauche Clay Resin. Ach so. Okay, sorry. So, was ist denn, was kommt denn da jetzt aber hier raus? Ja, Clay Resin. Ja, Clay Resin. Wir brauchen noch mehr Bonsai, äh, Dinger, damit wir noch, äh. Okay. Damit ich so ein, äh, Clay, äh, gibt doch auch Clay Saplings, oder? Ja, die musst du anpflanzen und dann. Genau. Genau. Cold Sapling. Aber was macht man denn aus diesen ganzen Leaves? Ha, hier sind doch Clay Resins drin. Gravel Leaves. So, was macht man denn aus den Dingern? So, und jetzt Ember, Ember, rum. Ein Ember. Bitte die, ähm, die Clays hier, bitte nicht nehmen, die brauche ich gleich. In dem zweiten Ofen. Nee, alles gut, ich habe es schon fertig. Ah. Ich habe Ember, ist der Color of my Dinosaur fertig. Nice, gib mal her, das Ding. Dann haben wir die Quests auch alle fertig. Ja. Äh, hier. Da liegt's. Wo? Da, genau. Ach, da, alles klar, sieht man ja gar nicht. Äh, cool. Hier, Brilli. Sekunde. Oh, was? Fuck, ich habe es aufgebaut. Kacke. Was soll ich das? Was ist das? Hast du das kaputt gemacht? Nein, 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 aber ich habe es immer noch nicht. Jetzt. Ember is the color of my dinosaur. Yeah. Was soll ich, was ist das überhaupt? Was kann man damit machen? Das ist Eisen. Das schmeißen wir jetzt hier in den. Das ist Eisen? Nein, was machst du denn da? Willst du es jetzt nicht wälzen, oder? Das ist mein Zeug hier, lass das. Okay. Gib doch mal das Ember wieder raus, bitte. Das hier sind Bricks. Ja, aber du hast das im Inventar, du Nase. Gib's doch mal einfach wieder raus. Das ist also Bernstein, das ist nicht reines Eisen, Leute. Ach, fuck, ey. Jetzt habe ich hier, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe den Clay, den wir noch hatten, und habe ich zur Terracotta gebrannt. Scheiße. Auf jeden Fall hast du jetzt den Ember im Inventar. Nein, ich habe ihn gerade da hingebracht. Ich habe ihn genommen. So, soll ich ihn jetzt in die Schmelze ballern, oder? Ja, dann brauchen wir erstmal den Akazienbaum, wo wir das drüber kippen. Genau, und da hatte ich ja geguckt, und das ist das Problem, was wir jetzt haben. Also, ah, wie heißt das Ding nochmal, ah, achia, hier, ähm, so, dieses Ding kriegen wir aus einem Cauldron, wenn wir einen Apple-Zapling da reinballern. Akazien, was ist denn Akazien-Zapling hier? So, jetzt ist halt die Frage, ein Apple, ja, äpfelche, Ja, Apfel mit Wasser, okay. Ja, pass auf, also ein Apfel, ne, ein Apfel, der wächst aus Oak-Zaplings. Da hätten wir eine 30%-Chance, dass der entsteht. Also, dann brauchen wir hier doch noch irgendwo einen, einen, einen... Äh, wie kommst du da drauf? Weil das so ist. Apfel kommt aus Oak-Zaplings, das steht hier aber nirgendwo. Ja, doch. Wenn du mal auf Apple gehst, such mal nur noch Apple im Nei. Ja, aber, ach so, und aus dem Apfel können wir einen Apfelbaum machen, oder was? Aus dem Apfel können wir dann bestimmt Apple Seeds machen, oder so. Apple Seeds kriegst du... So, äh, übrigens, was hast du jetzt gesagt? Mit der Axt kann man die direkt ernten, oder mit was? Jetzt warte mal ganz kurz. Also, wir brauchen, wir müssen, ja, wir brauchen, wir müssen also Oak, wir müssen Oak-Trees anbauen. Egal, welche Axt, oder muss die aus Stein oder Holz sein? Dem ist es egal. Ja, Oak-Trees, genau. Und wo kriegen wir Oak-Trees her? Aus Oak-Zaplings. Haben wir die? Müssten wir haben. Ach, wir müssen nur ein Dirt-Zapling ins Wasser schmeißen. Okay. Hat jetzt jemand meine Bricks daraus genommen? Ja, ja, ich baue gerade noch ein paar, ich baue mir gerade noch einen, oder zwei Bonsai-Pots baue ich noch, okay? Ja, jetzt haben wir keine Dirt-Zaplings mehr. Jetzt hier wird die Farm. Ja, weil ich die hier hatte. Hm. Ich glaube, ich, willst du die, äh, Brilli, willst du die unbedingt einversetzt haben? Weil die kann man auch direkt nebeneinander stellen eigentlich. Ist mir egal. Ist mir egal. Jetzt brauchen wir, müssen wir aber noch Dings da reinhauen. Dirt. Dirt. Hat jemand den ganzen Dirt irgendwie auf Tasche? Dirt? Du brauchst Dirt-Zaplings. Ich habe hier noch Resin ohne Ende, aber leider keine Acorns. Okay. Dann probieren wir das doch einfach mal anders. Kann man die, äh, abbauen? Ja, oder? Was denn? Die Pots. Ja. Kann man. Ups, jetzt habe ich den aufgenommen. So, jetzt habe ich, ich habe so ein Apfel-Ding. Äh, so ein, ähm, Oak-Zapling. Cool. Guck mal, hier, ähm, den kannst du hier hinten irgendwo einbauen. Ja, brauchst du aber Erde drin. Ja, ja, ich glaube, äh, Brilli, müsste noch Erde drin haben. Genau. Cool. Okay. Warte mal, passt mal auf. Nicht bewegen hier. Hier ist jetzt ein Loch gleich drin. Ich versuche hier die Erde mal zu kriegen. Mhm. Habe ich. Hier hast du. Machen wir zu, das Loch. Hast du schon, okay. Gut, gut. So, jetzt haben wir hier ein paar mehr. Oak ist bei, äh, Bonsai, Oak ist bei 92%. Okay, dann müssen wir es halt so lange machen, bis da Äpfel rauskommen. Was brauchen wir denn eigentlich hier noch? War jetzt gerade ein Tim? Achso. Nein, die Äpfel, die haben bloß eine gewisse Drop-Chance. Ja, ja, okay. Da stehen wir halt jetzt blöd daneben, ne? Kann ja mal gucken, was die nächste Quest wäre. Gibt es denn neue Samen? Lässt der neue Samen noch los? Ne. Leider nicht. Also das nächste Ding wäre Blume im Room. Moment so. Zumindest momentan nicht. Da brauchst du Lapis Lazuli, glaube ich. Genau. Craft the Lapis Sapling. Geht die Axt dadurch eigentlich kaputt? Muss man eher gedrückt halten oder muss man einfach nur draufhauen? Du musst auf den Bonsai-Pod aimen mit rechts. Ach, guck mal, Äpfel bekommen. Echt? Du bist ja ein kleiner Lacker, echt? Zwei Stück. So, und da hatten wir doch jetzt irgendwo dieses Ding, wo wir die reintun konnten und dann draufhauen. Wie kann man denn die Bäume ändern? Ah, okay. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, was das hier war für einer. War das so ein Crushing-Tab? Ja, genau. Den habe ich, glaube ich, noch im Gepäck. Ja, pack den mal irgendwo hin, wo er nicht so schön im Weg steht. Hier neben das Haus oder so. Bitteschön. Okay. Da war das jetzt die Äpfel drin. Und da hast du deine Seeds. Ich habe, glaube ich, auch einen genommen. Ja, ich habe einen aus und einen aufgenommen, ja. Das ist ja egal. So, und die? Ist denn hier schon wieder Oakwood drin? Die pflanzen wir jetzt wiederum an. Die habe ich jetzt hier eingepflanzt. Verhalt mal lieber noch einen. Ja. Kann man nicht, kann man nicht, äh... Hau die mal in, vielleicht in so einen Bonsai-Pod rein. Ja. Geht nicht. Geht nicht? Geht nicht. Scheiße. Wenn plantet, bekommst du ein Applesapling. Aber wir können es ja nicht planten. Ja, doch. Dann, dann, doch. Achso, warte mal. Brauchen wir vielleicht eine Dings dafür? Warte mal. Eine Hoe. Du bist eine Hoe. Ich glaube, wir brauchen dafür eine Hoe. Ja, dann mach mal eine. War doch nicht schwer. Ich habe sie schon. Okay, hast du, ich hätte jetzt sonst auch eine gehabt. So, okay. Hier, baller den mal da rein. Twerken kann ich trotzdem nicht. Nee, twerken bringt nichts. Diesen oder sowas? Ähm, naja, bräuchten wir halt was zum Gießen, ne? Einmal Wasser draufkippen, bringt ja nichts. Hm. Alter, das sieht echt geil aus hier, dein Lager, wirklich. Naja, Maul. Weißt du, da kackt er sich am Anfang ein, wenn ich hier sein innerer Monk begeht, selbstmord, weil ich hier irgendwas nicht richtig platziert habe und jetzt klatscht er hier so ein Ding dahin. Was? Was für ein Ding? Na, dieses Kistenchaos hier. Das ist kein Kistenchaos, wunderbares Lager. Ja, ist wunderschön, ja. Nicht. Aber es gibt doch bestimmt später wieder dieses ganze Zeug, wo man dann an so ein Terminal, oh, guck mal, es wächst, wo man an so ein Terminal geht und das dann suchen kann, oder? Oh, cool. Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit, ja. Hier sitzt allerlei irgendwelche Stuff. So, und der, aus dem Apple Seeds wird ja dann dieser Sapling und den Sapling, den hauen wir dann da irgendwie ins Wasser und kriegen dann diesen Akazien-Haini da. Genau. So, und was aber auch mal interessant wäre, diese Bonsai-Pots. Wo seid ihr jetzt gerade dran? Was macht ihr jetzt gerade? Ich war gerade dabei, was zu erzählen. Ja, ja. Aber welche Sweats? Diese Bonsai-Pots. Iron Wood. Da hast du ja verschiedene Sachen unten drin. Erde oder so ein Zäul oder was du da reinbauen kannst und dieses Zeug hat ganz große Auswirkungen auf die Drop-Chance und auf die Wachstumsgeschwindigkeit. Logisch. Also eigentlich ist Erde halt so das Schlechteste, was man da reinmachen kann, aber wir haben ja irgendwie jetzt gerade nichts anderes. Ich könnte doch noch einen Bonsai-Pot bauen. Ach, jetzt ist er wieder da. Wer? Du warst gerade ganz weg. Ich war gerade weg. Ja, der war gerade bei mir auch ganz weg. Man hat nichts gehört von dem, was du da erzählen hast. Kein Wort. Was ist besser als Erde? Es gibt Zeul zum Beispiel noch oder irgendwelches Mulchzeug und da müssen wir mal gucken, wo... Wo hast du denn das Zeul jetzt gemacht? Ich hab's ja nicht gemacht. Ja, da ist doch mal doch Zeul. Wo denn? Hier. Das ist doch kein Zeul. Ja, was ist denn das? Das ist einfach nur ein... Ja, das ist es nicht. Ja, das ist halt hier so ein gehotet Ding da. Farmland heißt das. Ja, und ist das jetzt besser, oder was? Nein, da kannst du halt nur was anpflanzen. Wir warten jetzt hier, dass dieser Sapling, dieser Appleseeds in so ein Sapling sich verwandeln. Und den können wir dann in Wasser schmeißen und kriegen dann einen Akazienbaum da raus. Hier gibt's eigentlich Appleseeds. Ich hab'n Apfel hier zum Beispiel. Alter, das haben wir vorher noch gerade besprochen. Wo warst du denn mit deinem Kopf? Okay, ja, ich hab' was ganz anderes gemacht. Ich war hier nicht dabei. Ja, zuhören kannst du doch. Wo gibt's Appleseeds? Alter. Da stehen wir gerade davor und warten, dass die wachsen. Ja, aber wie krieg' ich Appleseeds? Ich hab' hier einen Apfel. Wie krieg' ich daraus die Seed? That's my question. Was willst du denn jetzt mit den Appleseeds überhaupt noch? Ich will sie machen. Schmeiß' den hier rein. Einfach pflanzen. Schmeiß' den hier rein, den Apfel. Und dann hüpfst du da drauf rum. Meine Fresse. Na, danke schön. Kann man ja auch mal direkt beantworten. Kann man auch mal neigucken. Auf den Kopf. So, hier. Schöner Appelbaum hier. Wofür braucht man denn jetzt einen Appelbaum? Alter. So, Ironwood. Das ist ja vielleicht hier. Da kommt ein Holz hin dahinten. Ironwood Sapling? Ah, okay. Was ist jetzt passiert? Ah! Was ist? Mein Holz ist weg. Da ist es. Irgendwo, ich weiß auch nicht. Egal. So. Der Apples Sapling. Ich hab' aus Versehen abgeerntet. Äh, als er noch im Seed war. War's zuvor eigentlich? Ja, ja. Herr Bibi? Frilly hat mich ganz nervös gemacht. Wie kommt man denn bitte an den Ironwood? Sapling. Seid ihr da schon dran? Ja, da sind wir da. Guck mal. Du hast es mit dem Niner nicht so ganz verstanden, ne? Wie man das nutzen kann. Was? Ja. Wenn du auf E drückst und damit dein Menü öffnest. Lass du doch unten dieses Textcode, wo du was eingeben kannst. Ja, das hab ich schon alles. Ja, genau. Ja, und wenn du, hör doch einfach mal zu. Und wenn du da Iron Sapling eingibst, dann zeigt er dir das ja an. Ja? Ja. So, und dann klickst du mal mit links drauf. So. Und dann zeigt er dir dieses Menü an. Ja? Ah, hier ist ein anderer. Ja, den will ich haben. Ja, guck mal einer an. Ja. So, der andere heißt ja auch Ironwood Sapling. Deswegen. Und dann sagt er dir an. Akazien Sapling in dem Ding. Genau. Und so, diesen Akazien Sapling, da ist Mene gerade dran, diesen Apple Sapling zu bauen. Der muss ja 10 Minuten ihm erst wieder halt erklären. Ja, nee. Ich war ganz was anderes am Machen. Du Spack. Ja, du warst dann gleich TS wie wir. Ja, ich höre euch aber nicht zu, wenn ich irgendwas Wichtiges mache. Ach so. Aha. Der gnädige Herr war also beschäftigt. Water. Apple Sapling. Water. Den Cauldron. Ja. Guck mal, das steht hier oben. Cauldron ist hier oben. Die Holzsäger. Da habe ich hier eins mit Wasser befüllt. Aber haben wir den Apple Sapling schon? Nein, da warten wir jetzt drauf, dass die Apple Seeds zu Apple Saplings werden. Deswegen rennen wir hier rum wie so ein paar Deppen. Geht das nicht auch den Bonsai-Dingern schnell? Nein. Da wachsen nur Apple Saplings. Nein, da kann man es leider nicht reinpflanzen. Haben wir versucht. Aber die Folge ist glaube ich zu Ende. Ja, aber ich gucke gerade mal noch nach einer Watering-Can. Oh. Okay, okay, schade. Ich sehe da ja irgendwo wie lange die wachsen. Nee, aber ich wollte mal gucken nach einer. Dann gibt es diese Watering-Can, aber die bringt hier nichts, weil da brauchen wir Eisen für, um die zu bauen. Man könnte ja parallel auch schon mal die Blumen gut machen, oder brauchen wir dafür irgendwie Eisen? Hm, für den Lapis Sapling. Für den Lapis Sapling. Ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Ich mache mal Sand. Wie viele braucht man, um so eine Flasche herzustellen? Wie viele Sandplätze? Äh, Glasplätze für eine Glasflasche braucht man drei. Drei ganze Glasblöcke, ja? Nee, für drei. Da kommen drei Flaschen raus. Nee, ach so, ja, ja, klar, aber es geht ja nicht anders. Hm, der Sapling wird größer hier. Hm. Wann erkennt man denn, dass er fertig ist und nicht plötzlich auch ein Baum wird, oder so? Nee, auf Farmland wachsen keine Bäume. Ja, das ist doch bläppert. So, was ist denn jetzt hier rausgekommen? Das ist Lasuli Singularity. Okay. So, das müsste dann so sein. Oh, es regnet. Ja, Folge ist dann übrigens zu Ende, ne, mit 32 Minuten. So, hier, ich habe, äh, äh, Waterbottle, Bottles. Waterbottle? Machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Freunde. Hier, ich glaube, der Sapling ist fertig. Ich glaube auch. Ja. Ja, perfekt. Dann kannst du hier noch wenig pflanzen, wenigstens noch und dann als finaler, äh, Akt. Ja. Wunderbar, prima. So, liebe Leute, im Regen verabschieden wir uns. Das sind die, der Himmel weint Tränen, weil der Brilli uns immer so disst und so. Ja, diese Ordnung, Alter, die sieht so scheiße aus, dein, dein, dein... Was willst du denn? Ja, das sieht doch kacke aus, echt. Ist doch egal, wie es aussieht, wir sind ja am Überleben, Alter. Ach so, du kannst den Ofen da nicht hinbauen. Mit deiner Ordnung kann man nicht überleben. Du kannst den Ofen da nicht hinbauen, das ist nicht der Synchron. So, also dann, bis zum nächsten Mal. Boah, direkt auf 60% runtergeballert. Jetzt guckt er wieder so grimmig. Gut, also bis zur nächsten Folge, guckt dann auch wieder rein und gerne bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.